und leute wir sehen hier pakete zwei stück gleich ein kleiner ein großer und ich habe ein neues paket und zwar das da selber gebaut das ist so was wie eine tablet halterung mit der ich aufnehmen kann ich werde das gleich alles hier mal einbauen und bis gleich so ich bin wieder da sie damit ich sie gerade Unsicher. Das ist mein erster Versuch hoch. Und Test 1, 2. Üb. Ja, jetzt sind wir erst mal Video-Tests versuch. Ich hab die Kamera jetzt aufgenommen. Oh, jetzt sieht man es gut. Sollte man es gut sehen? Jetzt sieht man es sehr, sehr gut. Gucken wir hier das erste Paket. Ah, ich seh's ja hier. Wow, ist das eine geile Hilfe. Okay, mal sehen, wie viele Minuten. Schon... Eine Minute 40. Okay. Öffnen wir das erste Paket. Attention! Elektro-Stätig, irgendwas, Aufladung. So ein Kram. Oh, man sieht es eigentlich relativ gut. Jetzt sieht man auch schwarzes Bild. Jetzt... Die Aufnahme ist ein bisschen daneben. So. Jetzt fülle ich auf. Ist nicht noch. Gucken wir uns dann im Detail auf der normalen Kamera an. Ich will ein Paket erst wieder öffnen. So ein Package. Ein Package. Und hier nehmen wir noch das große. Ich glaube, da sieht man gar nichts mehr. Jetzt sieht man es wieder. Okay. Ja man sieht nicht viel. Ich baue jetzt mal wieder um, damit man mehr sieht. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Wir fangen mal mit dem flachen Packet hier an. Jetzt muss ich mal kurz hier drehen. Hochplumps. Ja, mein Müll einmal sieht chaotisch aus, ich weiß. Okay. Holla, ich hab das. So, ich hätte hier. Ihhh, das klebt nie. Ui. Fui, Teile. Und so eine Paste. Hm, das muss man sauber machen. Zwei Pizze Lüfter. Also eins, zwei in eins so rum. Och, diese Belichtung, die ist so scheiße. Jetzt müsste es doch gehen. Muss man die da dran holen. Oh, ich hab das. Vielleicht überlichtet hier. Ah, oh. Licht ist auch nicht die Beste. Ja gut, das ist eben. Oh. Pizze Lüfter. Gut. Ja. Mit Spektakult ist das. Ähm, mit dem Park, ähm. Was sieht der hier? Oh. Bisschen Litze. Schöne dicke Litze. Bisschen Kabellitze. Und vielleicht hat das lieber andere. Davon hab ich echt genug. So. Das geht ab in die Tonne. Oh, huili. Das wollte ich. Holy shit. Mit. Jahu. Ein Zigarettenanzinderadapter. Ist da eine drin. So wie es aussieht, ja. Tatsächlich. Mit Sicherung. Dank lieber André. Den wollte ich. Den hebe ich auf. Den packe ich in mein Arsenal von Kavallerie. Noch etwas. Oh. Das sieht nicht gerade. Äh. Gut aus. Soll ich mal den aufmachen? Aha. Da ist schon ein Kabel dran. Das Kabel, ich glaub ich will es mehr abmachen. Und der Steckdorf soll ich eh nix anfangen. Das reiß ich hier mal ganz brutal ab. Ah. Die Steckdose unten. Du musst in den Mehl. Das ist nicht die Verordnungsgeschmähs. Weil hier. Schutzleiter nicht mehr dran. Die geht unten hin. Weg. So. Jetzt sind wir bei der Auer. Oh. Ich hab genug davon. Antennen. Genug. Weg damit. Weg damit. Zu viel. Macht davon. So. Und hier hätten wir. Ihhh. Die könnte ich gebrauchen. Ein bisschen eine komische dumme Kabbeltrommel. Weil hier das. Ist ein Stecker auf Stecker. Oh. Sogar mit Schutzleiter. Den hebe ich nur mal auf. Den kann ich noch gebrauchen. So. Karton ist leer. Karton ist auch geil. Da kann ich hier die ganze. La, la, la. Bubbelt. Den ganzen Kram. Alles reinhubeln. Super. Karton ist prima. Geil. Gut. Gut. Ich mache doch mal einen zweiten Sero. Da dieses Paket hier ehrlich, was ich grad sehe, ähm, wirklich sehr sehr groß ist. Dann bis zum zweiten Teil. Och damit ausatmen. Bis zum nächsten Mal.